So, weiter geht's mit The Walking Dead. Beim nächsten Mal, ja beim letzten Mal, beim nächsten Mal, weiß ich noch nicht was wir machen, aber beim letzten Mal haben wir hier noch Überlebende gefunden. Ich habe einem Typen das Bein abgehackt und ich habe die Essensration gekriegt, die wir jetzt verteilen müssen und ich muss den Hut von Clementine finden. Ähm, ich sollte erstmal mit allen sprechen. Wir sollten nachdenken hier abzuhauen, lass uns über dich und Kenny reden, willst du etwas essen? Äh, boah. Vielleicht sollten wir über den Motel verlassen. Gott, nicht du auch. Ich weiß, Kenny will gehen. Ich denke, das ist, warum er so wütend ist, um das Auto zu arbeiten zu können. Aber das ist ein guter Platz. Wir sind beschädigt, wir sind nahe zu der Drugsstörung, wir haben jetzt eine Routine und es funktioniert. Aber jetzt... Hm. Wir sollten über dich und Kenny sprechen. Was über uns? Die Diskussion. Es geht ziemlich aus der Hand. Du weißt, dass die Leute das sehen. Schau, ich arbeite meinen Arsch auf, um sicherzustellen, dass wir ein gutes Setup hier haben und Kenny hat das einfach nicht gepräscht. All wir brauchen ist Essen. Aber es gibt keine Essen. Du weißt das besser als jeder. Well, wir müssen nur noch ein paar finden. Oder wir müssen hier abhauen, aber... Mal gucken mal, was hier abgeht. Ich glaube, ich rede erst mal mit dem Neuen. Ben. Stimmt. Wer bist du? Wie geht's das so? Du hast getan, was du fandest. Also nichts. Gut. Relax. Wir werden deinen Freund zurück in keinem Zeit. Ich hoffe so. Mal gucken, ne? Mal gucken, ob er durchkommt. Carly. Hi Carly. Ich verteile Essen. Was soll ich tun? Lilly hat mir das Essen gehandelt und nicht das Essen. Oh, das kann nicht ein einfaches Job sein. Es ist nicht. Ich werde nicht alle beenden. Was soll ich tun? Ich denke, wir sollten... Oh, stehst du schon besser? Das ist echt schwer, ey. Ich muss, wie gesagt, noch Doug was zu essen geben, wahrscheinlich. Du bist ganz schön mutig. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich bin okay. Ich und Clementine sind coloriert. Ich gucke, was es ist. Ich weiß nicht. Ein Hund? Nein. Oh, ich weiß. Es ist ein Halt, oder? Nein. Ähm. Ich gucke dich später, Doug. Bye, Lee. Und Clementine. Hi, Süße. Ja, das ist okay. Ja, das ist okay. Du sagst, dass sie uns finden würden. Ich weiß, ich habe es. Und bis dann... Schau, Clementine. Ich bin nicht stupide, Lee. Ich weiß, es ist nur ein Verständnis. Aber es macht mich besser. Okay. Du gehst gut aus, dann. Ich will. Geht's dir gut? Wie geht's dir, Clementine? Alles okay? Ja. Ist der Mann okay? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, du wirst. Ich bin so hungry, Lee. Ich hoffe, ich werde bald essen. Ja, dann... ...bitteschön. Ich denke mal, der Kräcker und Käse ist lecker. Okay. Ein Sonntag wäre besser, nächste Mal. Wie hältst du das in mir? Wenn du mehr Essen hast, ist der Duck auch hungry. Ja. Warum haben wir noch etwas Essen bekommen? Ach, fresse. Aber ich gebe dir was. Ich sag mal, hier, Kräcker und Käse für dich auch. Jetzt habe ich noch einen halben Apfel. Ich glaube, das ist... Genau. Mal gucken, wem wir es geben. Hallo, Kenny. Yes. Ich finde auch, dass es eine gute Idee ist. Da zu bleiben, ist nicht gut. Also, man sollte schon in Bewegung bleiben, glaube ich. Ähm... Huch. Ja, da ist er wieder gesprungen hier, ne? Und ich denke mal, wir gehen nochmal zurück zum Verwundeten. Okay, okay. Und ich denke, wir sollten uns... ...wir sollten uns hier mit ihr verbünden. Hier. I don't want anything from you. Fuck. Oh man, hallo? Du kannst mich mal... ...dann gebe ich ihr was. Oh oh. Nein, Kenny. Nicht Kenny geben. Kenny braucht noch nichts. Hier, Carly braucht was. Want something to eat? Have an apple, Carly. God, I used to eat an apple every morning with some granola and six almonds and that wasn't enough even then. But you know what? Yes. Yay. So, wir haben das Essen verteilt. Not such an easy job, is it? Never said it was. What? Was war das denn gerade? I don't envy you. I don't know how you have the strength to do this every day. I don't have a choice. Lee. Kenny. I know I ran out of food before. Hey, it was a tough choice. But you took care of the kids. That's what a real man does. Genau. I'm serious about that offer to come with us. You've more than earned a ride on the RV with me. Still. I guess some people aren't going to be happy with your choices. You're out. What happened to my food? There's none left. You keep treating people like this and your days in this group are numbered. You're one to talk, old man. Yeah? Well, I don't see you working on that wall. Oh man, ey. Was für ein alter Sack. Der Penner. Ich mag ihn überhaupt nicht. Ken, Lee. Komm her, please. Was ist los? Hat sie es geschafft? He didn't make it, did he? He lost too much blood. Goddammit. I'm getting sick of this shit. Ken, come back. There's nothing... Let him go, Kadja. What? He just needs time. It's been a rough morning. That man you brought, I tried. But he was never going to survive. Naja gut, war klar. Ohne Bein. It's not our problem anymore. What about the other kid? Oh mein Gott. Oh scheiße. Oh shit. Was ist los? Ich seh nichts. Nein. Vollidiot. Jawoll. Oh, verpiss dich doch. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Was soll das? Ich bin doch abgehauen. Mist. Okay, versuchen wir es gleich nochmal. Oh Mann. Und dir habe ich Essen gegeben? Du kannst mir nicht mehr helfen. So, verpiss dich. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, sehr gut. Ach du Scheiße ey. Oh. Danke Carly. Du bist okay? Ja. Danke. Warum hast du ihn hier in der ersten Stelle? Scheiße. Dad, calm down. Du hast uns alle getötet. Warum hast du uns gesagt, er war getötet? Was? Er war getötet, und du hast nicht gesagt eine gottige Wort. Aber er war getötet, ich versuche. Du bist nicht getötet, hierhergevend, zurück zu Leben, und versucht zu töten meine Frau. Was? Warte, ihr alle nicht wisst? Was zur Hölle bist du da? Es ist nicht der Bait, der es macht. Du kommst zurück, egal wie du sterben. Wenn du nicht das Gehirn zerstört, ist das nur was passiert. Es wird zu allen von uns passieren. Wir sind alle infiziert? Wir sind alle infiziert? Jeder? Ich glaube so. Ich weiß nicht, ich... All das ich weiß, ist, dass ich Leute aufhören habe, die ich weiß, dass sie nie getötet wurden. Als ich das erste Mal sah, dass es passiert, waren wir alle in einem Gym und alle glaubten, dass wir endlich safe waren. Aber eine von den Mädchen, Jenny Pitcher, glaube ich. Ich glaube, sie konnte es nicht nehmen. Sie hat ein paar Pille, aber viele davon. Einige ging in die Mädchen die nächste Morgen, und Gott. Zurück! Woah, Frau Frau, relax. Ich und mein Bruder, wir wollen nur wissen, ob ihr euch helfen könnt. Ich sagte, zurück! Carly. Ist er, ist er geöffnet? Ja. Für Schutz. Mötig könnte es irgendwo sein. Aber, äh, ich denke, du hast hier die Oberhandel. Warum brauchen wir Gas? Unsere Ort ist durch eine elektrische Fische. Generäte provideen die Elektrizität. Unsere Generäte runnen auf Gas. Ja, guck mal, wir haben eine Däiri-Farm ein paar Kilometer über die Straße. Und wenn ihr alle bereitstellt, dass ihr eure Schäden zu reduzieren, dann können wir über eine Art Schäden zu sprechen. Wie geht ihr mit dem Essen? Wir haben viel mit dem Däiri. Cool. Lee, warum nicht du und Mark schauen, ob es ist, ob es legit ist. Ich gehe mit dir. Ich habe deine Brüche, wenn alles so fischig ist. Also, äh, was ihr alle denken? Wir gehen zur Möcherei. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, diese Däiri, habt ihr wirklich Essen? Natürlich. Wir haben die meisten der Kette verloren, aber wir haben immer noch viel Milch, Butter und Cheese gekocht. Und mit den Vegetabeln, die wir kregen, haben wir viel Essen. Es ist schön, sich das Motel für ein paar Mal wegziehen. Diese Lilly-Kenny-Thinge beginnt, zu verrückter werden. Persönlich wäre ich mir glücklich, wenn du mehr in die Frage zu nehmen würdest. Ich bin ein Anführer? Was genau passiert mit dem Senator? Das war ein Anführer. Das war ein Anführer. Ich meine, ich weiß, dass ich ziemlich genau das Thema wusste. Manchmal fragt ich mich, ob ich die Gruppe über das Thema diskutieren muss. Du musst nicht. Was, was passiert, bevor es zu hell ging, gehts nicht mehr. Ich bin nicht sicher, dass jeder es so gesehen wird. Vielleicht bist du richtig. Listen, über die Jahre, ich habe ein paar ziemlich verletzt. Ich habe Situationen wie deine einhundert Mal gesehen. Es muss nicht, dass du einen schlechten Mann zu machen musst. Ja, ich habe das wirklich gepräscht. Ich meine, danke Gott, Lee hat mich aufgewachsen. Right, Lee? Ja, warum sagst du uns noch ein bisschen mehr über dich, Lee? Woher bist du? Ähm, ich bin in Mecklen aufgewachsen. Right here in the heart of Georgia. That's what I like to hear. Y'all seem pretty settled in at that motor in the... Who's running things over there? Lilly. 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 Runs a pretty tight ship. Her and her dad are ex-military. Yeah, she knows her shit. But she needs to know, how to back off sometimes. How many people you got over there anyway? Ähm. Nine mit den Kindern. Nine, including the kids. You forgot Ben. Me? That makes it ten. Well, we'd love to get you all out to the dairy. Like I said, we got plenty of food. And quite frankly, we could always use an extra help in hand. In the summers, I used to help out on a goat farm. Yeah, that's great. Everything helps. Mama's been running the dairy for as long as I can remember. But now it's... You think you're gonna cut me out of this? Shit, get down. No one's trying to cut you out of anything. You and Carrie are always putting this shit. Fucking bandits. Who? Those look like the people who raided my camp. Who are they? Fuck you. You knew we were hungry. And you guys will keep it up. There's only two of them. Oh no, there's a lot more. Yeah, you know what? We ate it all. What are you gonna fucking do about it? Don't worry. Danny and I got you covered if something happens. But let's just wait this out. Hope they move on. Hmm. Fuck you! Oh. Fuck you! Fuck you! Jesus! Asshole! Wow. Das war eine Reaktion. Krass. Okay. Das ist hart gewesen, ja. Oh, cool. Here it is. St. John's Family Dairy. Y'all can see how we kept this place so safe. The fence keeps them out? You betcha. They fry like bugs in a zapper. We're pushing 4.000 volts through that thing with generators and amps. I'm going to assume that's a lot. Hmm. Denke ich auch. Ähm. We've got kids in our group. Doesn't seem safe to have them near a lethal fence. Don't worry about that. We got plenty to keep them entertained. This place looks untouched. You never know the rest of the world is in ruins. It's worth protecting. Hence all the juice. I thought I saw y'all with company coming down the drive. Guys, this is our mama. I'm bringing to St. John and welcome to the St. John Dairy. This here's Lee. He's from Macon. A couple of our old farmhands were from Macon. They grow them good there. They got a few more friends staying at the old motel. Oh my goodness, that place is pretty vulnerable. Have you got someone with survival experience to lead your group? I've got everything under control over there. Well, I hope you know what you're doing. That place isn't safe like it is here. Hold on. I thought you said someone else was running things. Oh yeah, I thought she was asking about survival tactics. Well, it don't matter. You're here now. We'll make sure you're safe and comfortable. Um. Does that offer apply to the rest of us? We're all incredibly hungry. These are for y'all. They fresh this morning. Amazing. Can't get stuff like that anymore. Not without a cow for milk and butter, that's for sure. That's right. Hopefully, Maybelle will make it through this bout of whatever she's got and be with us for a good long while. Your cow is sick? We have a vet, we can bring her here. We can help you folks out. A vet? Oh my, our prayers have been answered. Maybe our whole group could come. For the day. Well, how about this? Y'all go get your veterinary friend and I'll prepare some dinner. A big feast for all you hungry souls. It'd be nice to have some folks to help out around here again. Danny, why don't you just go and don't take your kitchen? Why don't you go and don't take your kitchen? Why don't I head back with the food and round up everyone for the trip over here? Might want to take someone with you. Remember, those roads can be dangerous. I can handle myself. Take this. Why don't you go ahead and take Ben along anyway? Take care of yourself, Lee. See you in a while. Mark, Lee, why don't you take a look around? Once you get settled in, I could use some help securing the perimeter. Is there a problem? Sometimes the dead get tangled up in the fence before they fry and end up knocking over a post. It'd be a big help if you could walk the perimeter. You can learn a little something about our fence. I'm gonna go top off the generators before they run dry. Come get me when you're ready. You betcha. This place is incredible. It's got food. And that fence? Oh man, that fence. If we play our cards right, this might turn out to be a place we can stay. So how do you want to play this? Hmm. Sorgen wir dafür, dass es hier sicher ist. Before we can think about bringing our whole group here to stay, we need to figure out if this place is as safe as they're telling us. Right. Obviously they think it's safe. But is it safe enough for the kids? I noticed a broken swing over there. Not a big deal, but maybe there's other things not working that we just can't see yet. And checking the fence perimeter? Sounds like a decent way to get a good look at their defenses. Alright, I'll keep my eyes open and you find out what you can from Andy. Cool. Gut, und dann gucken wir beim nächsten Mal weiter, wie's da weitergeht. Ihr seid gespannt, ich auch. Bis dahin, bye.